Hallo? 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 Ja, hier ist Olaf Scholz. Sind Sie es, Herr Putin? Natürlich, wer sonst? Herr von Bödefeld, blöd. Es gab in letzter Zeit Deepfakes, deshalb frage ich. Ich bin der Echte, soll ich dir beweisen? Ich mache einen Jumpkick oder ich ziehe meine Hemd aus und sitze nackt auf einen Bär, Deepfake. Nein, nein, schon okay. Aljuscha, wann beenden wir diesen verfickten Krieg? Reicht langsam, da? Ihr wollt unser Gas und wir wollen McDonalds. Blöd, ich liebe diese knusprigen Chicken McNuggets mit Barbecue-Sauce. Beste Joben. Okay, dann stoppe ich jetzt die Waffenlieferungen. Frau Baerbock? Herr Scholz? Bitte stoppen Sie die Waffenlieferungen nach Kiew. Aber die Kokain braucht methylerische Unterstützung. Wollt ihr unser Gas oder nicht, blöd? Naja, die Sache ist etwas kompliziert. Kompliziert ist, wenn Sie im Winter frieren wie gefrorene Lachs, blöd. Naja, wahrscheinlich haben Sie recht, Herr Putin. Wladimir? Ja. Nicht du, Volodymyr! Wladimir! Herr Zelensky, was für eine Freude! Listen, I need 400 gazillion dollars. Am besten gestern. Wann Geld soll's? Wann mehr Geld? Ja, natürlich, Wladimir. Woldemar! Woldemar! Wladimir! Ich weiß doch auch nicht. Ich möchte ja nur, dass alle sich vertragen. Excuse me! Vertragen stand nicht in Ihrem Dossier, Herr Scholz. Sie haben genaueste Anweisungen erhalten. Klaus! Kaljusche, blöd, wie geht's? All good, Vladi. Tomorrow beim Golf? 18 Löcher Moskau Country Club, Klausibert. Wo bleibt meine verfügte Kohle? Shut up, Mr. Zelensky. Wir hatten Ihnen doch ganz feine Tierpanzerchen geschickt, Herr Solonsko. Kaufe mein Merch auf www.t-shirt-president. Hallo, KGB. Leitung abschalten. Nerven sägen die beiden. Hallo? Hallo? Is somebody here? Oi, blöd, Sleepy Joe is in the building. Whoop, whoop! Let's go, Brandon. I'm not sure if I'm wearing pants today. God, it's so cold. Ach, hallo, Herr Biden. Wie schön, dass Sie zu uns stoßen. Yesterday I saw a talking beaver. He was so small. So small. Das ist ja komplettes Gemüse. Complete vegetable. Gentlemen, ich bin raus. New virus in Oktober. Wie bitte? Later, bitches. Ciao, Klausi. So, Scholzmaster. Machen wir diese Scheiße jetzt oder nicht? Ich muss meinen Vorgesetzten noch berichten. China is a peaceful country. We are what's best for the world. Sorry, Gigi und Papa. Aus Versehen Serie aktiviert. Sie geben uns Gas. Wir können endlich unsere Kohlewerke schließen und wir bringen dafür McDonalds zurück nach Russland mit Happy Meal und Avengers Sammelfiguren und Long Chicken Beer. Das ist, glaube ich, Burger King. Long Chicken. In Ordnung. Long Chicken, Herr Putin. Frieden, Frieden. Ja! Please stop bekriegen. Stop bekriegen. Mach mal lieber fliegen. Please stop bekriegen. Ja! Yeah! taper regionδ mismighiss. Na. Ja. Gange Stalin. Vielen Dank.